Ein Hilau aus dem Homeoffice, ein Beitrag für unsere Kannabalisten. Schade, 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 kein Umzug, keine nahen Tage. Schade, schade, schade für Prinzenpaar und die Garde. Corona sieht und hört man nicht, selbst ein Hilau zerstört es nicht. Es wird Zeit, dass Kinder wieder lachen, weil Narren ihnen Freude machen. Keiner steht auf dem geschmückten Wagen, alle müssen den Lockdown ertragen. Keiner wird den Jacken zu winken, keiner vor den Kneipen einen trinken. Die Kinder sind diesmal nicht geschminkt, keiner der sie in Kostümen zum Umzug bringt. Heute tragen sie Masken zu ihrer Sicherheit, doch im nächsten Jahr herrscht die Fröhlichkeit. Einmal Prinz zu sein, mit einem Bestimmungslied, die Garten schunkeln dazu in Reih und Glied. Die Prinzessin jubelnd ihr Bützchen verteilt, der Hofmarschall nach den Kamellen eilt. Schade, schade, schade für Prinzenpaar und seine Garde. Mancher Narr wird sich die Haare raufen, lässt einen Mini-Umzug durch die Wohnung laufen. Er wirft seine Bomben traurig in das Zimmer, fragt sich, wird es besser oder noch schlimmer. In Sälen werden Pappfiguren an Pferden gehängt, doch ohne echte Narren wird die Freude verdrängt. Die Garten vermissen ihre Tanzauftritte auf der Bühnestraße in der Narrenmitte. Vielleicht ist es Zeit, mal in sich zu kehren, Corona wird uns allen etwas leeren. Gemeinsam kann man Probleme überwinden, das gewohnte Leben lachend wiederfinden. Im nächsten Jahr scheint wieder die Sonne, die Wagenbauer zimmern mit Freude und Wonne. Dann hört man in der Straße wieder ein Kronau-Helau von Kindern, Männern, Narren und jeder Frau. Doch heute, schade, 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 keine Umzug, keine Narren-Tage. Schade, schade, schade für Prinzenpaar und seine Garde. Trotzdem ein Kronau-Helau für Kind, Mann und Frau. Helau. Schade, 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 schade